hallo liebe modellbahnfreunde ich möchte euch den aktuellen stand an meiner anlage zeigen fast alles ist jetzt provisorisch hingestellt und dass es so wüst auf der anlage aussieht also die ganzen klebe und allmögliche kram darum liegt hat einfach die ursache dass ich ja gar keinen platz habe irgendwo etwas zu machen und deshalb spielt sich eigentlich alles über der anlage ab die häuser die stehen alle provisorisch da weil ich ja keinen plan habe und dann wird das alles mal so aufgestellt wie es sein könnte und danach geht es dann weiter oder es wird halt wieder umgestellt so relativ fertig ist dieser berg den ihr gerade sieht und der campingplatz mehr oder weniger da müssen noch ein bisschen figuren und so weiter hin für das stadtbild habe ich mir jetzt schon was einfallen lassen also ich will jetzt gar keine häuser groß dazu kaufen habe aber eine idee die ich noch nicht verrate und finde ja ich noch gar nicht weiß ob die auch wirklich so gut ist und was wird also das ist dann überraschung fürs nächste jetzt wünsche ich euch viel spaß beim anschauen und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020